Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, was haben wir denn das Schönes für neue Fälle, ich hoffe, viele genug, genug, Geister-Party, werden wir natürlich sich ersessen in den Planen, eine Party am Geister-Veranstaltungs-Ort, soll ein Geister-Sein, ganz so für uns nachsehen, klar, müssen wir nicht, machen wir sie alle fertig, gab es ein Problem. Natürlich, wie immer, mit einem Reden, wo schon mal da aufhörige Informationen, Juju, 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 okay, ja, wie sollte ich denn sonst ausschauen, ist natürlich ganz, ganz böse, tagmäßiger, schon alles dunkelschwarze, so alles ansonsten, oder wie. Ja, diese Trends gibt's immer. Klar, er merkt nicht, ich will wieder der ärgste Party-Hengst, aber okay. Klar. Klar, klar, das machen wir schon, das machen wir schon. Ähm, er schwärft ab. Er schwärft sowas von definitiv ab. Ja, das ist sehr billig. Und dann, wenn wirklich einer ist, boah, er schreit des erstes. Ja. Ja, der ist einfach nur ein bisschen, pala, pala. Na, dann. Na, ist das, wo gleich mal da geladet sind. Also, das find ich schon nice, dass wir immer gleich da so landen und so. Na, dann schauen wir noch mal, dass wir hier vielleicht den einen oder anderen auf Maxi kriegen. Na ja, erst, wir haben da zwei Gute am Start. Die sind nur immer nicht auf Maxi. Das, das darf nicht sein. Also, quasi, dass wir da eine noch höhere Variante von den beiden haben. Ich find den eh so blieb. Schade nur, dass wir bei Raymon nicht den kriegen, was ich unbedingt so... Oh, so geil drauf bin ich. Schade einfach nur, schade. Wenn wir einfach nicht dieses, dieses Item noch nicht haben. Aber ich werd schauen, dass wir sowas kriegen. Ich werd sowas von fickt schauen, dass wir den Scheißdrick kriegen. Ich will unbedingt so einen haben. Aha. Wieder in die Stufe. Ja, perfekt. Ah, voll haben wir ausgetauscht. Weiß nicht, ich glaub, brauchen wir den eigentlich überhaupt gut auf an? Ja, machen wir mal kurz den verwalten. Okay, da haben wir 32. Wie viel haben wir da? 68. Na, okay, da brauchen wir da nicht wirklich. Sich dann darum kümmern, weil ich schon aber sehr viele Kämpfe da schon... ...drein gearbeitet, dass man da eigentlich gar nicht mehr wirklich... ...da mehr um das Kämpfe sich so machen muss. Schau noch ganz kurz rechts. Das kann ja sein, dass vielleicht da und dieses Plötzschirm gemeint wurden. Und so. Und... Tschüss. Tja. War, wir... Ne, ne, freudäne, sehr gefürzt, aber doch irgendwie... ...nachschef Freude. Und mich jetzt einfach mal dahin. Das kann nicht sein, dass ich genau da die paar die Mauer und dann noch muss recht wieder zurück. War aber eh klar, dass da nichts ist. So wohnen wir uns einfach nur. Ah, ich glaube, da haben wir schon irgendwie quasi diesen Geist gesehen oder so. Da ist es einfach nur so ein Demon. Ja, aber ne, ne, dann haben wir wahrscheinlich schon 200%. Das kann ja auch so ein paar Favoriten, oder so ein paar Favoriten, oder so ein paar Favoriten, oder so kann möglich sein. Das kann wirklich möglich sein. Wärme ich, ich sehe. Weil der ist ja doch dann plötzlich auf Maxi gewesen und dann haben wir sich da auch kap... Aha. Oh, cool. Pass. Können wir zurückwählen wieder. Oh, Uli. Ich muss mir dann aber auch irgendwie nochmal so diese... Ich würde mal sagen, so ein paar Favorites nehmen. Also die, was ich gerne hätte. Ich nehme ja da so... Ja, 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 weil so am Anfang so irgendwelche und so immer. Also Weimon natürlich. Also da, obwohl ich die nicht jetzt genau so haben will, wie es jetzt geht. Aber trotzdem. Den gelben will ich unbedingt. Höher und dann... Ah, wer weiß. Wir hätten gerne auch den roten da, so was ich gesagt habe. Wo wir die große Vision da besiegen mussten. Da hätte ich auch gern. Den hätte ich auch gern. Die ist aber auch fein. Wenn wir so einen hätten. Ich nehme mal an, das soll sogar schon der Geist sein. Da vorn. Weil irgendwas davon haben wir ja schon gesehen. Aber das sehen wir mal unser Leben. Und wenn wir eh sind, weil da so ein... Ja, das kann man als... Ja, das ist eh ein Geist. Das ist eh ein Geist. Ich habe immer gedacht, das ist dieser... Eh nicht, der wir sie verwandeln. Was man bei der ersten Staffel sogar schon gehabt hat. Da wieder Herstellung, das können wir noch nicht. Alles klaro. Wollte halt probieren. Ach, das ist doch ein bisschen ganz ein Mini. Das machen wir ja mit einem Schlag wieder fertig oder aber schon wieder geschafft. So, mein Interessant, zack, 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 kommt eh keiner an. Nächstes Level, hiiii. Du, 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 du machst mir keine Angst. Beide gleichzeitig natürlich, beide gleichzeitig. Tja, ich werde das reden, Bro. Ja, kannst du das auch mal probieren. Das ist nicht schlecht. Na dann, ein Griff. Den 1 haben wir eh noch nicht gekämpft, aber wenn wir dann eh sehen. Oh, die Karpfen, klar, was er ist das an. Oh, bist du der Partui? Ui, der hat aber klar, mein Fisch anhergehend, das ist ein Wahnsinn. Oh. Ein Schlager, fast alle da. Das ist, ach, normal. Ja, genau. Da haben wir doch jemand auf einem Maxi-Level. Und wie ihr verloren hat's. Na, hoffen wir es mal. Glauben wir es mal. Für alle Fälle. Glauben wir es mal. Was für ein Arsch. Fuck, der war so. Ja, du bist wie gut gemägt. Pa, Kapo, bleibgekommen. Hättest euch ja einfach rausklopft. Hi. Na ja, nicht halb, halb, halb. Endlich, hier machen wir es. Oh. Tja, da ist jemand mehr gegangen. Geil. Ach. Tja. 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 Oh. Ja, ich glaub, du solltest es mir die Gäste mal lassen. Ja, wieso nicht. Ach, besser nicht. Genau. Bei der 94. Party. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, und noch kein Erfolg, sonst irgendwas. Ach du Scheiße. Na, bitte scheiß auf dich. Scheiße. Ich scheiß auf das mit dir.